Es ist soweit, die letzte Einstellung. Damit wird das Camp endgültig in die Geschichte eingehen. Das ist unser Vermächtnis. Also, gehen wir's nochmal durch. Die Synchronschleuderer starten hier. Sie fliegen alle durchs Bild. Dann schneiden wir Einstellungen vom Bogenschießen dazwischen. Dann werden Luftschlagen und Konfetti abgeschossen. Und ich überwache das alles von meinem Regiestuhl auf. Und jetzt das Beste von allem. Die Boom-Boos. Harold hat sie bereits überall im Camp angebracht. Und wenn du dann Action sagst... Ich will kein Spielverderber sein, aber bin ich der Einzige, der findet, dass das Ganze mittlerweile doch ein bisschen übertrieben ist? Ich glaube, es ist... Vielen Dank.